100 Kilo. Erweitert werden kann... Was? 100 Kilo am Scheißen? Ich? Nee! Nein! Das reicht nicht! Die Fladen, die ich manchmal absetze, die haben ja alleine schon ein Kilo. Ach, wie soll das denn das auf? Hallo, Motherfucker. Ich bin jetzt die Knarre am Kopf, mein Freund. Auf der Unmögliche anschreiten, Hilfe zu holen, knall ich dich ab. Für die Scheibe kriege ich 500 von dir. Nix gesagt, mich nur verschluckt. Natürlich. Habe ich es doch eben mit dem Kopf. Gut. Dann... Das Auto jetzt aufschließen. Warum? Ist das Auto auf, hier wird nicht wegen gefragt. Mann, du kannst mir doch nicht schon wieder meine Karre wegnehmen. Doch, kann nicht. Los, auf jetzt. Nein! Du rascher, hast auf meinen Wagen geschossen! Hör auf, auf meinen Wagen zu schießen! Mal schauen, wie das mit Möchern in den Füßen läuft. Oh, verdammt, der Wichser! Ey! Hier! Meine Füße, Mann. Der hat mit den Füßen geschossen. Aua! Aua, Aua, Aua! Einfach mitten in der Narkose. Narkose. In der Narkosemittel. Müsst der Herr Dörping gleich anfangen zu husten oder zu wöken. So, natürlich. Ekelhaft hier. Da darfst du einmal ziehen. Warum schauen sie aus wie Captain Hook? Ich will dir meinen Penis ins Gesicht hauen, dann weißt du, wer ein Mann ist. Hallo! Davon stehen sich zwei. Ich will ja nix sagen, aber sie ist denn der Dritte, der, was mir jetzt in der Hinsicht sowas schon anbietet. Ich weiß, dann habe ich irgendwie so ein... Halt dein Schwanz in mein Gesicht, Gesicht. Was ne Fickfresse! Wie bremst du das? Wieso sind das abschüssig hier? Wo ist die Bremse? Aaaaaaah! Chef im HQ wird nicht schnell gewollt. Das ist wie mit dem Schnellrennen. War das schon Überschreitung der Geschwindigkeitsveränzung? Ja. Aufsitz zum Rollstuhl. Warum hörst du nicht auf Klaus? Weil ich verletzt bin. Warum denn sonst? Setz dich davon, Patrick. Wee, wee. Gott. Guck, du kleinen Feinrech. Vielleicht kriegt er eine Lenkersperre. Papa? Nein. Du hast noch als Vater, als mein Vater, durch gewisse Verpflichtungen. Na, auch nicht. Kannst du mir vielleicht ein bisschen Taschengeld geben? Nein. Warum denn? Weil ich arbeiten muss. Warum? Weil du auch nichts für mich getan hast. Guck, du kleinen Flasper. Guck, du kleinen Flasper. Guck. Auch nicht. Kann ich die SAP? Nein. Hüste? Nein. Hausmeister? Auch nicht. Aservanten kann man bestellen? Auch nicht. Aservanten kann man in Stauwahr? Auch nicht, sowieso nicht. Aservanten kann man für bewahren? Nein. Arschloch. Ruhig jetzt. DL für S8. DL für die S8. Durchgeführt, das zum Harmonie, äh zum V-Z-Lager weggefahren wird. Alles gut? Alles gut? Vermutlich als Rache für die vorherige Schießerei an meinem Grundstück, wo er die Hucke voll geballert bekommen hatte. V-Z-Lager vor dem Lager. Sieht's an, kann ich jetzt nicht der Footlane. Footlane-Suite, du bist auch so eine Footlane-Suite. Ach, die Fudge-Lane-Suite. Die Foot... Die ist so süß, ne? Autobahnpolizei, hallo? Autobahnpolizei, ja. Du bist so süß, ne? Die Footlane. Ja. Das die... Das die Fudge-Lane. Meinst du, die Beamten... Ich kriege hier anruf, dass Leute burger bestellen wollen. Ja, dann fragst du, haben sie wirklich einen Notruf. Nö. Fünf Sekunden später rufen und irgendwer anders an. Und sagte, ihr möchtet burger bestellen, dann habe ich irgendwelche Anti-Alpen als am Telefon. Boah, es geht bergab, ne? Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh üss sempre oportunidad'da résumen rund- alle die handschuhe sind doch nicht diese doch nicht hitzeresistent den stellst ja komplett auf und dann auf einmal fliegt eine drohne rum was möchtest du machen eine praktikum bei ds ab ab wir können ja das nicht sprechen hat euch jetzt eine einheit 155 vielleicht anständig also eigentlich ist es mir gerne willst du wirklich die guten weiterfahren lassen ich kann ja ja das dachte ich darf also man ist ja okay sie verzählte so kinder paniert ihr euren innern was ist es warte was war das ich verstehe es nicht ach pandas meinte wenn ich wenn ich streben würde aber also habe ich auch ich wünsche euch was das Er hat seinen Einsatz verpasst, ey. Boom, baby. Oh yeah. Lieutenant Santiago Ramirez. Officer Brasi. Nur bitte auf mich anzurufen, um mir zu sagen, dass ich ein Hurensohn bin, du Hurensohn. Küsst du aber. Was muss ich dir? Gehst du mal von meinem Schoß runter, soll ich nicht klatschen? Entschuldigung. Ich werde dich frech, Junge. Versteh dich so schwer. Warum? Ach, einfach so. So weit, denke ich. Heute goschen, verdammter Schweinehund. Ich hab auf deine Stahlkappe geschossen. Ach so. Aber ich muss das jetzt weiter machen, weil sonst denkt jeder, dass ich eine Memme bin. Okay. Lava du weghauen. Jetzt. Holt drauf. Wer das macht, der kassiert absolut. Ja. Ach ja. Ach ja. Ich selber, dass es dumm ist, oder? Ja. Was sind das dann da für Verbrennungsmale an der Seite von dieser Wunde? Habe ich ja gesagt, bin auf dem Boden geschliffen. Er kommt aber nicht vom Bodenschleifen. Doch, kennst du das nicht? Wenn eine Kugel aus dem Lauf geschossen wird, dann ist die relativ heiß. Du weißt, wie heiß das momentan ist? Und die 13 Grad. Ach so, der Teer war so heiß, ne? Ja, ja. Der war frisch gelegt. Gucken wir doch gerade mal in die Wetter-App. 18 Grad. Weiß ich nicht. Eine Tasche. Nein. Brauch ich schon. Nein. Wieso denn nicht? Weil ich nicht korrupt bin. Ja, das hat ja nichts mit Korrupt zu tun. Doch. Eher so ein Gefallen gegen Geld. Ja, das nennt sich Korruption. Korruption definiert sich ganz anders. Ach so, wie denn? Hört sich ein Polizist im Dienst bereichert an. Mit Geld zum Beispiel. Nee, dann rufe ich jetzt den Herr Blake an. Ach nee, dann geht ja gar nicht. Aus dem krieg ich ja nicht mehr raus, welche Uhr es in der PD auf der Uhr steht. Du hast ihn so perfekt eingefangen eigentlich, ne?